Wer mit dem Zug fährt, kann von Steuerbefreiungen für den Flugverkehr nicht betroffen sein. Soweit so logisch. Wir haben in Österreich den Verfassungsgerichtshof gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Der hat sich kürzlich mit einer der berühmten Klimaklagen auseinandergesetzt. Um was es dabei gegangen ist, stelle ich Ihnen in dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht kurz vor. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Klimaklagen ist so ein bisschen der Überbegriff für all jene Verfahren, die von Personen vor unterschiedlichsten Behörden und Gerichten angestrengt werden, um Umweltschutzaspekten in irgendeiner Art und Weise zum Durchbruch zu verhelfen. Sei es, dass es darum um irgendwelche Tempolimits auf Autobahnen geht oder wie jüngst vor dem Verfassungsgerichtshof um Steuerbefreiungen. In Österreich gibt es im Mineralölsteuergesetz eine Steuerbegünstigung bzw. Steuerbefreiung für den Flugverkehr. Nun haben zig Personen, eigentlich tausende Personen, eine entsprechende Klage vor dem Verfassungsgerichtshof eingebracht, einen Individualantrag, in dem sie im Wesentlichen argumentiert haben, sie wären dadurch als Konsumenten indirekt betroffen, dass auf den Flugverkehr weniger Steuern, Verbrauchersteuern zu leisten wären, als auf den nicht von Steuerbefreiungen begünstigten Bahnverkehr. Was sie dabei, neben einigen anderen technischen, formalen Details allerdings übersehen haben, ist, dass sie dem Verfassungsgerichtshof gleichzeitig gesagt haben, sie fahren mit dem Zug. Und wer mit dem Zug fährt und nicht mit dem Flugzeug unterwegs ist, der kann, so nicht ganz unlogisch, der Verfassungsgerichtshof weiters, der kann in Wahrheit weder direkt noch indirekt davon betroffen sein, dass jetzt der Flugverkehr in irgendeiner Art und Weise steuerbegünstigt ist. Der langen Rede kurzer Sinn, diese Klimaklage war daher alleine aus diesem Grund bereits zum Scheitern verurteilt. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir in Zukunft nicht noch mehr dieser unter Anführungszeichen Klimaklagen erleben werden. Eine der größten Hürden scheint es dabei allerdings zu sein, das zeigt uns auch das Verfassungsgerichtshofs Erkenntnis, wie der Otto-Normalverbraucher, wenn man so möchte, seine eigene individuelle Betroffenheit von einer Maßnahme, die globale Auswirkungen hat oder zumindest österreichweite Auswirkungen hat, individuell betroffen sein kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.